Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anne von Wollikis. Heute habe ich für euch besonders Übungen für den Oberarm. Für die sogenannten Bingo oder Winkarme. Wenn das hier unten dann so winkt. Das kriegen ja oft Menschen, die die Veranlagung dazu haben natürlich. Aber auch wenn man etwas mehr ins Alter kommt, kann das sehr, sehr schnell mal hängen da unten. Oder einfach genetisch bedingt haben es manche Leute natürlich mehr als andere. Und da habe ich einfach gedacht, ich zeige euch heute mal sieben Übungen, die man einfach zu Hause machen kann. Die auch dagegen vorbeugen, dass es hier zum Wink-Effekt oder zum Bingo-Effekt kommt. Fangen wir gleich mal an. Gut, die erste Übung könnt ihr am Rand eurer Couch machen oder am Tisch, am Kaffeetisch oder sogar an einem festen Stuhl. Müsst ihr aber schauen, dass der nicht so leicht umfällt. Wir nehmen einfach die Hände und legen die genau an die Kante. Mit dem Daumen Richtung Finger nach unten. Strecken die Beine aus. Ellbogen nach hinten, schön weit zusammen mit den Händen. Nicht so weit auseinander, sondern wirklich nur so breit nebeneinander, wie euer Körper ist. Und dann lasst ihr euch einfach an der Couch ein paar nieder, ohne euch abzulegen. Also wir legen uns nicht ab. Und da mal immer schön drauf achten, dass die Ellbogen nach hinten gehen und nicht zur Seite, sondern schön nach hinten und wieder hoch. Und wenn euch das zu schwer ist, könnt ihr auch eure Füße einfach so in Kastenform hochstellen und dann so runterlassen und wieder hoch. Runter und wieder hoch. Das war die erste Übung. Die zweite Übung ist ebenfalls reines Körpergewicht. Wir setzen uns auf den Boden. Es ist so eine ähnliche Übung wie die, die gerade gezeigt wurde. Nur befinden wir uns auf dem Boden. Hände so körperbreit auseinander. Mit den Fingerspitzen Richtung Körper gezeigt. Heben uns vom Boden hoch, wie eine Krabbe. Und dann lassen wir uns einfach immer runter und hoch. Runter und hoch. Wenn euch das zu einfach ist, würde ich einfach eine Beine hochstecken und dann runter und hoch. Runter und hoch. Und wir darauf achten, Ellbogen zeigen nach hinten. Und dann tauschen irgendwann mit dem Bein und wieder runter und hoch. Das waren die zur ersten Übung. Jetzt kommen wir zur dritten. Die ist ein bisschen komplex und sieht auch vielleicht ganz lustig aus. Wir nehmen wieder den Rand unserer Couch. Oder ihr könnt es auch an einer Fensterbank machen. Da könnt ihr euch noch besser runterlassen. Ich zeige euch das jetzt hier an meiner Couch. Die Hände werden an der Kante der Couch aufgelegt. So, um die Kante quasi. Wir gehen mit dem Bein auf die Knie. Und die Hände schön weit zusammen. Und dann lassen wir uns einfach runter mit dem ganzen Oberkörper schön nach unten anwinkeln und wieder hoch drücken. Dabei müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr aus dem Trizeps, also dem hinteren Muskel drückt. Und nicht, wie man es einfach gewohnt ist oder es machen würde mit den Schultern und allem möglichen. Sondern wirklich schauen, die Ellbogen gehen nach unten, schön weit zusammen und wieder hoch. Und nicht zur Seite mit den Ellbogen, sondern wirklich schauen, dass die weit zusammen gehen. Und ihr drückt nach oben. So, dann kommen wir auch schon zur vierten Übung. Und die vierte Übung, dazu braucht ihr jetzt entweder ein Teraband oder Gewichte. Das geht jetzt auf unserem Bizeps. Ich zeige euch das mal mit dem Teraband. Wenn ihr euch jetzt fragt, aber ich habe jetzt so kein Teraband und ich würde gerne eins haben, ich verlinke euch das einfach in die Infobox, wo ich meins hier habe. Das gibt es ganz einfach bei Amazon. Das ist kein Aufwand. Oder ihr kauft es irgendwo anders. Das liegt natürlich bei euch. So. Ihr steigt auf das Teraband, das ihr unten zusammengeknotet habt. Und dann geht es auf den Bizeps. Ihr haltet es am besten so, wie so eine Handtasche. Und dann zieht ihr es nach oben, mit der Drehung nach unten, wieder hochziehen und nach unten. Von der Seite einmal. So, neben euren Körper. Und zieht und rotiert dabei euer Handgelenk. So, dass die Faust dann parallel zum oberen Arm kommt. Richtig drehen und immer schön gucken, dass das Handgelenk nicht abknickt. Also wir wollen nicht sowas hier sehen. Weil das echt schlecht für das Handgelenk ist. So ein schön starkes Handgelenk. Nach oben ziehen. Wieder runterlassen. Und das macht ihr natürlich für beide Arme. Und mit den Gewichten sieht das genauso aus. Einfach nach oben ziehen und wieder runterlassen. Nach oben ziehen und dabei schön drehen. Und immer darauf achten, dass der Ellbogen am Körper bleibt. Der ganze Oberarm bewegt sich in dieser Übung gar nicht. Also jetzt nicht hier den hier machen oder so. Sondern wirklich, der Oberarm bleibt stark. Und es dreht sich nur der unteren Bereich. Und immer schön kontrolliert das Ganze. So, die nächste Übung ist auch was für den Trizeps. Also besonders für den Windbereich. Wir nehmen entweder die Handgelenk, die ich euch jetzt zeige, über den Kopf. Dabei wieder die Ellbogen schön nah aneinander. Nicht auseinander gehen lassen. Und dann das Gewicht einfach nach unten. Bis es wirklich ganz nach unten geht. Und dann hochdrücken, schön aus dem Arm heraus. Runterlassen. Hoch. Und runter. Und mit dem Teraband geht das genauso gut. Obwohl ich persönlich finde, dass es noch ein Ticken schwieriger ist. Das zeige ich euch jetzt. Es geht am besten mit dem Teraband mit einer Hand. Ihr steht nur mit einem Fuß auf eurem Band. Und dann hebt ihr das mit der anderen Hand über den Kopf. Und lasst es runter. Und dann wieder darauf achten, dass der Ellbogen nicht zur Seite weggedrückt wird. Sondern wirklich neben dem Kopf lassen. Und dann drückt ihr das nach oben. Und ihr werdet richtig merken, das beansprucht sehr, sehr viele Muskeln, dieses Teraband. Weil ihr eben kontrolliert das Ganze machen müsst. Und am Anfang werdet ihr bestimmt noch ein bisschen zittern. Das merke ich auch immer wieder. Dass man dadurch, dass das Band wirklich runterzerrt, geneigt ist dazu, ein bisschen zu zittern. Aber dadurch werden wirklich komplexe Muskelgruppen beansprucht. So, und jetzt kommen wir zu unserer letzten Übung. Die letzte Übung ist ebenfalls etwas für den Bizeps. Wir stellen uns auf unser Teraband. Nehmen es körperweit auseinander. Und dann ziehen wir das zusammen mit beiden Händen einfach nach oben. Und lassen wieder schön starr das Handgelenk wieder runter und hoch. Und das beansprucht ebenfalls den Bizeps. Und das geht natürlich genauso gut mit den Handeln. Wir nehmen sie nach oben. Lassen immer schön den oberen Arm am Körper. Und lassen ihn schön langsam runter und wieder hoch. So, das war meine Übung für den Bizeps und Trizeps. Die immer wichtig sind für eine schöne Haltung, auch für eine Frau. Damit die ganze Armpartie schön aussieht. Aber auch für Männer ist es genauso wichtig, immer Mookies zu zeigen. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei den Übungen. Tschüss!